Hmm, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Captain Toad Treasure Tracker. Heute begeben wir uns mit Toad-Trop auf Expedition. Und ich würde sagen, weil halt gerade auch die letzten Parts ein wenig sehr kurz ausgefallen sind, dass wir heute mal die Expedition zum Steinpilzplateau und die anderen Expeditionen an einem Stück machen werden. Ich weiß nämlich nicht, was man hier machen soll. Hallo Toad. Ach, wie cool. Kommen jetzt alle mit uns mit? Yeah! Hey, du, komm auch mit. Haha, wie geil. Collect all the coins. So, jetzt müsst ihr alle irgendwie reinpassen. Sehr gut. Ja, das habt ihr gut gemacht. Nein! Hilfe! Ah! Oh! 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 Na, das wird interessant. Ich glaube, ich werde eine andere Taktik verwenden. Wo kommt das Teil her? Ich weiß es nicht. Ba-da-dam-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum. Kann ich noch mehr töten? Okay, wenn ich hier runterfalle, ist alles vorbei. Ich muss noch den anderen holen. Da-da-dam-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-datum-ba-dum-ba-dum. Komm du mal bitte mit. Ach, da ist noch ne Blume. Okay, Mann, das schaffen wir. Alle hier rein. Alle nach oben. Hier haben wir noch nen Pilz. Schön. Können wir hier rüber? Nein. Wir sind einfach zu fett Gestehen wir es uns ein Okay Okay Nein, so geht es hier nicht hier lang Aber so Ne, auch nicht Okay, wir schieben das erst nach unten Das hier nach oben Jetzt können wir hier runterfallen Das hier nach oben schieben Jetzt können wir hier durch Das nach unten schippen Und Da sind wir jetzt hier Jetzt können wir nach oben Hier hin Okay Das würde ich mir gerne schnappen, was auch immer da drin ist Münzen Ernsthaft Das will ich doch nicht haben, oh Gott Reagieren die nur auf uns? Nee Ja, gut Glück Okay Dann Gehen wir mal alle drauf Yay Gibt es hier keinen Goldpilz? Hey Toads Komm mit Sei doch doof Komm mit Naja, dann halt nicht Alle freuen sich Yeah Das sieht auch schön aus Wenn so alle versammelt sind Scheiße Nein Hier wir gehen Hier wir gehen Yeah Ach du heilige Na das wird interessant Nein Komm nicht mit Idiotenpilz Idioten tot Wie bist du nur da Einfach dran vorbeigekommen Lass mich in Ruhe Nein Ich will nicht Ah Guck, guck Du mich auch Tod Du mich auch So Alle rein Einmal nach oben schicken Nein Nein Ah Okay Einer tot Zweier tot Ich brauche einen Goldpilz Ansonsten komme ich hier nicht auf die Münzen Da gibt es aber keinen Goldpilz Was zu tun Help Ich weiß nicht was zu tun Gibt es hier drin was? Nein Okay Wir müssen immer zurück an anfangen Wenn ich hier keinen Goldpilz finde Dann war es das Dann ist alles vorbei Ich weiß nämlich nicht wo ansonsten hier noch so viel Wusste ich es doch Hier gibt es welche So jetzt brauchen wir noch zwölf Münzis Kriegen wir hin Dich einmal nach oben Ansonsten kennen wir die Standardprozedur Wir fallen hier runter natürlich Klicken das nach unten Klicken das nach hinten Klicken das nach oben Klicken das Nein Das hier nach unten Das hier nach oben Nein Das hier nach oben Das hier nach oben Gehen hier drauf Oh Gott Oh Gott Manchmal bin ich auch verwirrt was ich tue Dann gehen wir hier rein Versammeln uns Und schnappen uns alles was hier liegt Sonst sind genau bei 90 Münzen Halleluja So jetzt können wir hier rein Und jetzt können wir uns hier drauf versammeln Und nach oben Hui Geschafft Lass mich durch Ich bin der Käpt'n Oder stand da mehr als 90 Münzen Wenn ja dann wäre das ein bisschen doof Nein 90 Münzen Sehr schön Ich denke das wird jetzt hier ganz ähnlich sein 170 Ach du Heilige Okay Zeit für die Expedition über die Dächer Was Ach du Heilige Hier we go Yeah Cool Oh oh Das gefällt mir nicht Wir werden definitiv wieder Münzen sammeln müssen Nein Oh Gott ich bin so doof Das war richtig doof Nein Ich hab den Tod gefunden Das wollte ich doch gar nicht Ich werde jetzt einfach so mal den Airknopf spammen Damit ich Sachen aufheben kann Auch wenn ich es nicht sehe was ich habe Tod Ach das ist der Schlüssel Okay gut Collecter Mall Ne Hölle werde ich tun Jetzt dieses Teil zu verschwenden in der Tür Nein Das war doof Tschuldigung Alles einfach rüberschicken Das passt schon Münzen müssen wir trotzdem sammeln Okay Ganz ruhig bleiben Weg mit dir Erstmal alle Münzen einsammeln Und alles was geht Kannte ich dich noch? Ja sehr schön War schon leicht verwirrt Beziehungsweise hatte schon Befürchtungen Dass es nicht klappt Mal gucken wie viele dies wir Äh Wir diesmal Schnappen müssen Nein Nicht treffen lassen Ohne mich Okay Wieder nach oben tippen Nein Das war schlau Das war richtig schlau Kann ich bitte die Nahansicht haben? Danke Ansonsten sehe ich gleich wieder nicht Wo hier irgendwas ist Sure Hier haben wir ganz viele Münzen Da haben wir einen Tod Aber davor werde ich erstmal alles andere einsammeln Und kaputt machen Was es hier gibt Nein das ist eins zu viel Ne das passt genau Okay Das hier muss runter Oh Gott Wie soll ich da mit Zwei Toads rüberkommen? Okay das ist sehr viel länger aktiv Na dann Und hier ist ein Zehnermünzenblock Sehr schön Und da ist der letzte Toad Das heißt ich bin eigentlich bereit Machen wir es mal in um Äh Umgekehrter Reihenfolge Ich meine wir haben sie jetzt alle gefunden Aber ach egal Komm Schnappen wir sie so wie sie da sind Passt auch Du da mit Gumm Das bedeutet jetzt aber auch für uns Dass ein Treffer uns töten wird Hallo? Danke Du da mitkommen Ihr alle drauf Ihr alle mitkommen Versammelt euch um mich Oh Gott Oh Gott Okay wir haben genug Zeit Äh Ich brauch ihn hier Dann hier drauf Okay Dann alle hier drauf Versammeln Da lang gehen Hier hinkommen Und nicht runter fallen Warten bis die Stacheln Einmal oben waren Und dann können wir durch Schnell Beil durch Die Frage ist Wo ist der Goldpilz? Das reicht nicht Oh Okay dann halt so Zur Sicherheit Bevor wir gleich wieder getroffen werden Hier war damals der Goldpilz drauf Ich erinnere mich Alter wir Wir haben denn jetzt nicht gefunden Ich höre irgendwas Aber das Ach ne ist wahrscheinlich nur der Stern Oder? Warum können wir nochmal nach oben? Das irritiert mich Ich hoffe einfach mal Dass es genug ist Und wenn nicht Weißt du sowieso nicht mehr Wo wir noch nicht geguckt haben Okay Ich bin gespannt Haben wir genug Wenn nicht dann Komm schon Wo soll der gewesen sein? Ich war überall Ich bin überall gewesen Spiel Please So Schicken wir das halt rüber So Jetzt meint es mal Totale nah an sich Die ganze Zeit Rüber Hier ist er nicht Spiel Was willst du? Wir brauchen Goldpilz Wo kann der sein? Nein Ich will dich noch nicht holen Ich verstehe es nicht Du oder du kannst schon mal runter Nein Oh Gott Münzen 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 Die uns nichts bringen Kann man mir nicht mal Einfach so mal den Goldpilz zeigen Einfach so Ich habe ihn schon mal kaputt machen lassen Das war uns zu viel So Du darfst jetzt wieder in die Und Endlichkeit werfen Ist es mir egal Nahansicht Er gibt nichts Neues Ich weiß nicht wo der ist Oder sein soll Okay Hier ist er aber auch nicht Ah Ich verstehe es nicht Hier drauf ist er auch nicht Hier drauf ist er auch nicht Hier drauf ist er auch nicht Dahin will ich nicht Hier ist nur ein Zehnerpilz Da ist er auch nichts drauf Wenn ich dahin gehe Dann Wird er aktiviert Ich war doch schon überall Ich kann die kaputt machen Interessant Ah streicheln Ich habe keine Ahnung Okay Gehen wir einfach nochmal Die komplette Runde Hier ist definitiv nichts drauf Hier ist auch nichts Doch Doch da hinten Och komm Das ist gemein Nein Wir haben 148 Nein Nein Oh bitte lass bei dem letzten Tod Wo wir noch nicht waren Ganz viele Münzen sein Das wäre nett Kamera bitte Danke Da einmal hoch Da einmal lang So Dich baufe ich einmal Dann gehst du da rüber Och hier sind zwei Münzen Ach sehr schön So mitkommen Der Cap befiedelt es dir Oh Gott Wie mache ich das denn In deinem Thumbnail Mit so vielen Toten Das gibt es doch nicht Das kann doch nicht sein Ach ich kann die abhängen Auch interessant So einmal nach oben Einmal da lang Einmal hier lang Einmal hier Versammeln Das erinnert mich Voll an Pikmin gerade Ich weiß nicht warum Dann einmal hier versammeln Dann einmal Dich rüber Dich rüber Dann rüber schicken Hier versammeln Das antippen Meine Fettfinger Aktivieren natürlich alles Dann noch den hier Und wir sind zu viert Yay Ich frage mich Ob die das irgendwann Noch auf die Spitze treiben Und dann sagen Hier hast du noch Ein paar Doppelkirschen Und dann brauchst du 16 Toads Das wäre krass Das wäre richtig krass Yay wir sind vier Und wir haben 165 Münzen Nice Aber wie mache ich das Jetzt im Thumbnail Da brauche ich ja zu denen Auch noch ein paar Springshots Da muss ich auch noch Einarbeiten Ach verdammt Da muss ich mal suchen Ob ich sowas finde Und wer Das ist euch noch nicht Aufgefallen Wie viel Mühe Ich mir bei den Thumbnails gebe Nein ich will da Nicht nochmal rein Ach egal Hier wir go Yeah Find ich süß Okay Gut gehen wir wieder raus Und ähm Ja Heute machen wir mal Richtig Radau Und kommen voran Expedition in der Kugelwillibasis Ach du Scheiße Das wird interessant Hier geht's Ja Ja Okay da müssen wir hin Das heißt da wollen wir Erst ganz zum Schluss hin Noch dürfen wir getroffen werden Da sind Münzen Die will ich haben Aber so an sich Sieht man den Goldpilz Dann auch nicht oder Man sieht den wirklich Erst wenn man direkt In der Nähe steht Und ich sollte Wirklich mehr damit arbeiten So Das einmal kaputt machen Ist hier irgendwas Nein Dann einmal bitte Da lang schießen Hier ist auch Noch nichts Wir lassen uns Zeit So Schön in Richtung Wo es keinen schaden kann Okay Ich erkenne immer noch Nichts Neues Yay Okay Hier gibt's ansonsten Nichts Ja Nein Komm schon Ja Ich find's lustig Dass der Pfeil auch So ungefähr Angedeutet ist Schön drauf kommen Danke Toad Toadze Hier ist nur Ein weiterer Toad Das heißt Ich kann schon mal Die anderen holen gehen Oh Gott Das ist knapp Ganz schön Ich platze hier Auf der Plattform Komm ich hier noch weg Komm ich hier noch weg Komm ich hier noch zurück Ja Ja Nein Nein Mist Mist Hab ich verkackt Könnt ihr schon mal hier drauf stehen bleiben Ja Geil Ich kann die schon abstellen Die Frage Die Frage ist wo ist der letzte Der Ghoulpiz Ach komm ich fall hier runter Ihr schafft das schon oder Da ist der Goldpilz Die Frage ist wie komme ich zurück Indem ich den kompletten Weg nochmal laufe Sehr schön Nicht 109 Mehr Münzen habe ich aber auch nicht gesehen Von daher Das wird schon passen Ich hatte euch festgehalten Warum habt ihr euch bewegt Finde ich nicht gut So Das einmal noch richtig rumdrehen Dann einmal hier runter fangen Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Das war knapp Ja Das jetzt wieder richtig rumdrehen Und hoffen Dass wir nur 90 Münzen brauchen Oder so Ansonsten gab es zwei Goldpilze Das wäre natürlich auch mies Komm bitte 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 100 Yes Geschafft So Und schon sind wir bei den letzten angekommen Die Expedition im Monscheinturm Nein Nein Ach der Okay ich dachte jetzt das wäre das Toadette Level Aber das ist ja nur die Expedition im Monscheinturm Wo ist hier der Goldpilz Kamera please Danke Hallo Kamek Ich puste mal die ganze Zeit ins Mikro rein Damit ich keine Münze verpasse Nein Kamek lass mich Ich sagte lass mich Ah Don't make it so knapp Einmal da rein Ich würde sagen wir nehmen gerade schon alle mit Ja schieß mich ab Haha nicht getroffen Oh Gott Das ist knapp Okay ich lass das lieber mal Nein Okay Ich dachte ich hätte gerade was gesehen Nein Ja komm hierher Gut jetzt kann ich hier weiterlaufen Gun Ist hier irgendetwas versteckt Sieht nicht danach aus Nein 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 Lass mich Oh Gott Ganz schön knapp die Ecke hier Kamek Wo stehst du Wo entzielst du Nicht sehr Gute Zielkünste würde ich behaupten Hier ist nichts versteckt Trifft uns nicht Sehr gut Oh Gott Oh Gott Nein Hilfe Lass mich Kannst du mal bitte richtig werfen Toad Das gefällt mir nicht Dass wir hier direkt sterben Wenn wir getroffen werden Verdammt Ah Och nee Und alle Münzen nochmal sammeln Ich kann kotzen Ich kann kotzen Ich kann kotzen Ich kann kotzen Mann Das ist aber gerade auch ein bisschen nervig Ja Da ein bisschen was gesammelt Da ein bisschen was gesammelt So Da rein Der Schlüssel zerspringt Einfach Ist auch in Ordnung Genauso will ich das Na unten Danke Haha Nicht getroffen Wie gemein ist das denn bitte Nö Ich geh Tschüss Nein Nicht mit mir Nicht heute Nicht heute Nein Will nicht Hier ist nichts Nein Da ist ein Toad drin Nein Warum tun die Toadse mir das an Hier ist nichts Okay Ähm Ja Wie komm ich nach Achso stimmt Da war was Hier gab es jetzt Einen P-Schalter Hier Da sind noch ein paar Andere Münzen Hier sind noch ein paar Mehr Münzen Zum Glück kann er nicht Direkt vor uns schießen Okay Ah er kann Hilfe Ich locke ihn ganz weit weg Keine Lust auf Knappitäten Schnell weg Oh Gott Okay wir gehen nach oben Das ist nicht oben Ich habe immer noch die Hoffnung Dass ich ihn irgendwie tulpen kann Den Kamik Und wenn ich das geschafft habe Dann habe ich es geschafft Oh Gott Oh Gott Oh Gott Egal wo denn es geht Es geht hier lang Okay gut Nein Lass mich Kamik Nein Oh Gott Hilfe Diese Knappität im Spiel Sie macht mir zu schaffen Nee Egal ob das ein Wort Egal ob das ein Wort ist Egal ob das ein Wort ist oder nicht Okay Natürlich Du bleibst schon mal da drauf stehen Kann ich euch jetzt endgültig Wie komm ich da rein Wie komm ich da rein Ja genau so macht man es Toll Das sind 10 Münzen die wir am Ende fehlen werden Oh Gott Am Ende heißt es Ja 180.000 Münzen Hattest du gebraucht Hast leider nur Goldpilz Hast leider nur 10 gesammelt Ist der Kamik weg? Ja Kamik ist weg Wir haben ihn getötet Einmal nach ganz unten bitte So und jetzt können wir alles einsammeln Was wir wollen Wir werden uns beim Münzen ziehen Aber noch Eilen müssen Okay Hier waren noch welche irgendwo Sehr schön So dann können wir jetzt den kompletten Weg Nur mal nach oben gehen Aber ohne nerviges Rumgeschieße Rumgemagia schieße Alter aber das wäre doch echt zum Kotzen Wenn da am Ende dann 10 Münzen fehlen würden Ich würde einen Anfall bekommen Nur mal kurz nach unten gucken Da in der Ecke könnten ein paar versteckt sein Nein Sind keine Nein Komm schon 260 Damit kann ich leben Aber wenn er wirkt 270 sagt Dann Dann raste ich aus Okay Das sind keine versteckten mehr Hier sind definitiv auch keine versteckten mehr Einmal noch hier erkunden Das hat es ja jetzt alles gedreht Hier hinten in der Ecke könnten auch noch welche sein Sind es aber nicht Tut mir leid dass sich das jetzt ein bisschen in die Länge zieht Aber Ich will auf keinen Fall dieses Level nochmal von neu machen müssen Okay Dann gibt es jetzt nur noch den Sternen Hoffentlich Bim Und einmal noch nach oben Und wir sind da Endlich So Die Augenblicke der Wahrheit Gut gemacht Leute So ich werde jetzt den Stern schnappen Habt ihr was dagegen? Verdammt Ja Hi Ihr alle Ich würde jetzt gerne den Stern holen Habt ihr was dagegen? Nein? Okay Moment der Wahrheit Moment der Wahrheit Yes Ah Sehr schön Das hat mich wirklich ein bisschen genervt Na gut Aber wir haben es geschafft Yes Ah Schön Gut Morgen sehen wir uns dann im Der Fluch des Mumitators Wieder Bis dahin und Ciao ciao Bis dahin und 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 Bis dahin und